Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS-17-Hopfbach-Projekt. Das beste, schönste Projekt mit den YouTubern Ansgar, Werner und Garda. Hallöchen. 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 So, die schönsten YouTubern auf der schönsten Map, wolltest du sagen, oder? Die schönsten YouTuber auf der schönsten Map, auf dem schönsten Kanal, ne? Hast du heute Facecam ready? Wie soll ich eine Facecam anhaben, wenn ich hier überall eine Decke drüber hinkomme? Genau deswegen. Wieso? Wir sitzen auch unter der Decke. Verstehe ich jetzt nicht, was ist das Problem? Hahaha, beantworte mir lieber mal die Frage, was du an siehst. Was ich ansehe? Mhm. Weil... Nur Schrott. Weil das Ding ist, ja, ich rede nicht von dir Ansgar, ich rede von Garda. Aber wir müssen mal so ein bisschen... Ja, das Ding ist, wenn ich auf der Karte durchswitche, sehe ich da halt nix. Also die Farbe kann sich nicht zuordnen. Mhm. Kaufst du das richtige gleiche Ansgar, bitte? Soll ich das jetzt kaufen? Äh, warte, 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 warte. Jetzt kannst du's kaufen. Äh, ich habe Soja angepflanzt. Weil das, was wir im Lager hatten, ist weg und durch Weizen ersetzt worden. Das heißt, wir haben einen unfairen Nachteil. Ähm. Ach, das ist Soja... Ach ja, Soja-Farbe. Gut, danke. Wir können jetzt zwei Minuten rum... Aber das, was du im Moment hast, kannst du auch einfach aufrüsten, ne? Ähm, ja, warte mal, lass mich das mal testen. Ja. Ja, die Kühe haben wir ja jetzt schon drin, gell? Also Felder haben die anderen ja auch nicht. Ja, wir waren aufs Gras quasi und wir könnten dann nochmal gucken, wir hatten ja was besprochen, als wir uns abgesprochen hatten, äh, dass wir berücksichtigen müssen bei unseren Planungen, was wir noch nicht getan haben. Das sollten wir jetzt vielleicht mal... Hm, ist richtig. Aber, ganz ehrlich, ich vermisse auch irgendwie zweieinhalbtausend. Was? Ich wurde irgendwie für meine Arbeiten der letzten Season nicht bezahlt. Ja, hast du mir denn, hast du uns denn eine Rechnung geschrieben? Ähm, konnte ich in dem Fall ja noch nicht, aber ich kann dir jetzt natürlich eine Rechnung schreiben. Und das, ohne die, können wir das ja gar nicht überweisen. Ja, ja, weil unsere Thrasher, weil unsere Thrasher es nimmt. Oh! Fuck! Was machst du denn? Decke runtergefallen? Das war für die 19% gerade. Wieso können wir das, äh, wieso können wir das nicht modifizieren? Äh, ich weiß es nicht. Moment! Okay, jetzt hast du es verkauft. Ja gut, dann kaufe ich jetzt gerade kurz das andere. Bitte, ja. Aber jetzt eine sehr blumige Sprache, möchte ich anmerken. So. Warte mal kurz. Ich möchte mich von meinem Teamkollegen distanzieren, äh, was die Wortwahl angeht. Warum das denn? Ein Team oder kein Team? Kein Team, offensichtlich. Ja. Hochteam hier jetzt. Immerhin mache ich meinem Teamkollegen keinen Haufen auf den Hof, ja? Also. Das war abgemacht und wir sind beide große Haufenfreunde. Wir sind beide cool mit der Entscheidung. Oh Gott. So. An meine vulgäre oder direktere Sprache müsste sie sich aber eigentlich schon gewöhnt haben. Zurück. Ja, kommen wir aus diesem Trauerteil vielleicht noch mit Hilfe eines Themas wieder raus oder haben wir keins mehr? Wow. Du forderst immer, forderst immer, forderst immer. Da musst du auch mal liefern. Bring mal selber was mit heißt es dann, ne? Ja. Wieso? Bring doch selber was mit. Das sind die Leute, die zum Frühstück kommen und meckern, dass es so wenig Frühstück gibt, aber selbst gar nichts mitgebracht haben, ja? Ah, okay. Ja. Ich will sie das auch machen, wenn du aufstehst. Die kann ich ja leiden. Bisschen hier mal ein bisschen die. Halt's keine Stump-Up, du. In Rage geredet hier ein bisschen. Bisschen die Fronten klären. Und läuft, ne? Irgendwie läuft das nicht so wie geplant. Ne? Ne? Schade. Die Stimmung ist auch im Eimer. Toll. Äh, was seid ihr? Ihr seid ihr Hof 1, Hof 2 oder Hof 3? Weil mittlerweile drei Höfe, die registriert sind. Das weiß ich nicht. Ja, was ist denn das? Ich glaube ich selber. Wir können nur, wenn es einem richtigen ausgewiesen wird, ne? Ne, 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 ne. Such deinen Frühstück auch noch ein Bett. So, ähm. Wir haben noch einige Rechnungen, glaube ich, zu bezahlen. Was ist denn das jetzt hier? Einzahlung ab. Ah ne, offene Rechnung 0. Fahrzeuge, Hof 1. Eine gute Sache. Und Hof 2. Wir waren auf 2 gerade, ne? Das kann sein, ja. Also letztendlich werden die ersten sein. Du kannst ja einfach mal an alle Höfe, das was bei uns auftaucht, das kann man ja dann bezahlen. Na ja, habt ihr, ne warte mal, ich seh's ja hier, Hof 1. Wenn ihr Hof 1 seid, ihr habt ja einen 6R Series, die haben, haben wir nicht. Also seid ihr Hof 1. Dann frag ich mich, was Hof 3 ist. Vielleicht die älte, weil die jetzt ungeswitcht sind. Das ging vielleicht nicht anders. Ja. Hast du das geschafft, Ansgar? Ne, wir haben noch die Dings drauf, ne? Die Gurte. Ja, das ist aber egal. Ne, das ist egal. Ne, läuft das nicht so, wie wir das geplant haben. Wir müssen Plan B aufrufen. Beim einen hat's funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Also, abladen geht's. Aber, ja, es geht nur der eine. Sind die anderen zu lang vielleicht? Wir haben leider keine Metermast drauf. Das könnte sein. Hört ihr noch mal eine Metermast aneinander. Warte mal. Wow, das ist ja noch fest definiert. Was ist fest definiert? So. Die Leistungen, die ich in die Rechnung reinfügen kann, die sind mit einem festen Preis definiert. Aber, das ist eigentlich vom Vorteil, also vom Vorteil im Allgemein für uns. Weil, dann geht das ja nach Feldern. Von daher passt das ja. Da hat sich sogar der Ansgar fast richtig gerechnet aus. Das ist ja Wahnsinn. Was denn? Naja, ich habe drei Felder gedroschen. Und pro Feld drechen nimmt das System 1.350. Das mal 3 ist immer bei 2.700. Das hast dich im 200 verrechnet, aber das passt schon. Gut, ne? Mhm. Ja, passt das. Passt. Moment. Pro Feld nehmen die einen Festpreis? Ja. Kannst du nicht abändern. 1.305. Okay, das ist ja komisch. Dann könnten wir jetzt die größten Felder, okay. Dann könnten sie ja immer noch sagen, machen wir nicht. Aber, eigentlich wird das ja nach Größe der Felder berechnet. Das wäre ja sonst ziemlich komisch. Sag wieder mal rein, Ansgar. Ja. Aber steht also da. Ja, gut. Ist ausgestellt. Innerhalb von 10 Sekunden bezahlen. Ansonsten kommen Mahngebühren dort her. Inkasso? Meinst du? Inkasso Moskau? Die kennt aber auch jeder, ne? Inkasso Wallahi. Ja, in 11 Minuten werden wir es mal bezahlen. Buchhaltung muss er nochmal freigeben, ne? Ich fahr das mal abladen, Ansgar, ganz fix. Der kann schon mal einen neuen schönen Wald suchen. Offene Rechnung. Ja, wir nehmen einfach den an unserem Hof, oder? Da war relativ viel. Ja, kann man. Boah. Ja. So, sag's. Wo müssen wir denn jetzt hier... Die möchte ich jetzt bezahlen, hier. Ähm, Garda wollen wir das andere Feld auch noch machen. Wenn ja, was? Also die ist 5,6. Die ist ja nur riesig... Ah, Moment. Ruf 2. Ähm... Ja, das haben wir ja, ne? Sollten wir auf jeden Fall... Äh, warte mal. Das ist das große, ne? Ja, das ist das ganz große, leider gerade. Und auf 66 hast du Gras ges... Ne, auf 62, ne? Ne, auf 62. 66 hab ich noch gar nichts gemacht. Ja, was machen wir denn da? So, ich hab das jetzt gezahlt. Könntest du das jetzt irgendwie ausblenden, dass das jetzt bezahlt ist? Ich... Das muss ich gucken, warte im Moment. Äh, such dir was raus, Garda. Ich folg dir dann klar. So, Eingang, Überweisung, Hof 2. Ja, das seh ich hier. Aber was soll ich, äh, was meinst du mit ausblenden? Weil hier steht jetzt immer noch offene Rechnung. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung konkret bezahle. Erhalten, Überweisung, Hof 2, ne? Du hast bezahlt, offiziell. Ja, aber hier steht noch offene Rechnung. Ich möchte das ja beglichen wissen, sonst kommt ihr da... Oder im Dings oder was? Im Tablet steht das. Mh, steht das in der, äh, Tech Farm Finanzübersicht oder was? Oder wo steht das da genau? Ähm, das steht in der Finanzübersicht, ja. Erhalten, Überweisung. Ah, Moment. Jetzt ist hier, äh... Mach mal zu und wird auf. Ne, ist immer noch offene Rechnung, ja. Offene Rechnung 1 und dann steht da, Hof 2 und dann... Mh, hast du das Tablet schon mal geschlossen, wird aufgemacht? Ne. Mach das mal. Das wird nicht in Realtime aktualisiert werden. Was? Okay, es steht immer noch offene Rechnung. Können wir bei uns ein anderes Mal drum. Ich denke, da muss man noch irgendwas bestätigen oder vielleicht habe ich das auch falsch überwiesen. Nö, du hast das schon... Oder vielleicht auch so einfach, der Modder, also Tobias hat ja gesagt, das synchronisiert erst alle, sind so viele Minuten, um nicht die Leistung in einen Eimer gehen zu lassen. Ja, warten wir mal ab. Äh, Ansgar? Ja? Wo hat der Tobias gesagt, ist das Sägewerk? Das, äh, ist rechts auf der Karte, ähm, neben Feld 59 quasi, da siehst du das irgendwo. Oder 60 und so, da in den Wald. Okay, dann müssen wir da hinfahren auf alle, weil wir müssen das Holz zuerst in das Sägewerk bringen. Ja, ja, ich weiß. Okay, cool. Es wird jetzt noch eine längere Prozedur dahin zu kommen. Ja. Wir hätten auch einen Tieflader holen können für eine LKW, weißt du, dann hätten wir auch zusammenfahren können. Ja, aber kostet Geld, ne? Geld haben wir nicht. Geld und Zeit haben wir nicht. Was hier alles angebaut ist, ist das Mohn? Möglich. Möglich. Opium. Möglich. Weißt du, wenn es zum Weed geht, kannst du zu Randy gehen. Mhm, klasse. Was ist eigentlich mit dir hier, Garderole? Du bist irgendwie... Uhu, guten Morgen. Tief beschäftigt. Ja, hallo. Na? Ich, äh, äh, versuche gerade zu verstehen, was Randy mir mit seiner geheimen Botschaft sagen wollte. Nee, ich habe einfach nur Tablet auf, Tablet zu, Tablet auf, Tablet zu. Passt schon. Also einfach wie immer Quatsch. Großer Quatsch. Nee, ich habe geguckt, ob ich das irgendwo markieren kann, dass du dir nicht ins Hemd machst, dass ich dir nochmal abkassiere. Aber ich habe mal eine Frage an euch tatsächlich. Ja, bitte. Wer von euch nimmt jeden Tag, also wirklich jeden Tag, also regelmäßig, ein normales Frühstück zu sich, zu einer normalen Zeit? Das ist eine Antwort. Das Schweigen im Walde. Also ich bin... Ich bin jetzt so einer, ich... Frühstück ist überhaupt nicht meine Baustelle. Also ich, es frühestens Mittag was. Also Frühstück habe ich, wie gesagt, vielleicht am Sonntag, aber sonst die ganze Woche nicht. Gar nichts. Man, nicht mal Kaffee. Der erste Kaffee gibt es erst um 9 oder 10. Ich finde das auch morgens immer ein bisschen schwierig, aber ein bisschen was esse ich schon morgens. Das brauche ich schon, sonst sitze ich immer mit knurrendem Magen in der Vorlesung oder im Seminar oder was. Was ist denn nicht so schön? Hm. Was ist denn hier? Ähm... Ja, bei mir kommt es auf einen Biorhythmus an. Der ist zwar momentan normal, aber... Ich habe auch Grumpflex da, aber bis jetzt sind wir zu faul, die mir reinzuschmeißen. Und die formuliert das immer so herzlich, weißt du? So herzlich? Ja. War Ironie. Naja, alles klar. Einzuschmeißen. Äh, ne ne zu schmeißen. Ach hier, ist Hoppen drauf. Wie macht es denn der Garderole? Bei mir ist auch Mittag zuerst, weil ich dann auch koche und äh, ja. Echt? Das ist schon krass. Dann lässt du das Frühstück komplett ausfallen und gehst direkt über das Mittagessen drüber. Genau. Eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Weil was heißt denn, das sollst du aber mit was in Armen starten? Früher sagte man immer, das Frühstück sei die wichtigste... Das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit, sagte man früher immer. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eine Weisheit ist oder ob das irgendwie empirisch belegt ist, dass es auch wirklich so ist, keine Ahnung, aber das war ja früher immer so der Spruch. Also, ja. Deswegen wundert es mich. Also, glaube ich, mittlerweile ist es ja eher beliebter, über den Tag verteilt mehrere kleine Mahlzeiten zu tun zu nehmen, oder? Das ist eigentlich besser, ne? Ist das besser? Antilok nicht, dass es besser ist. Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Ja? Ja, ja. Ach, Quatsch. Da bin ich ziemlich sicher. Doch. Okay. Das ist ein... Was ist denn das schwarze Item? Also, die Fruchtsorte, was so komplett schwarz ist, was du eigentlich gar nicht schon kennst. Wo du einfach nur ein paar Pixel... Das ist die Frucht der Zerstörung. Das ist Kaffee, ja? Das ist ein Kaffee sein. Ich denke. Das ist halt... Du hast halt nur ein paar Pixel dort, wisst du. Also, ich kann alles gut... Weiß nicht genau, was du jetzt meinst. Ja, wenn du... Wenn du bei einer Saatmaschine durchschalten tust, ne? Und irgendwann kommt halt, dann hast du... Von den Icons hast du einfach immer so ein schwarzes Ding, wo einfach nur so ein paar Pixel sind und das war's. Achso, das weiß ich nicht. Wir haben ja den Stasi-Mod nicht mehr drauf, deswegen sehe ich halt auch nicht, was ich gerade in der Saatmaschine... Ich habe gerade keine Sämaschine bei der Hand. Der steht auch nicht da. Den Mattermayer leider Gottes auch nicht. Aber ich sehe jetzt auch auf die Schnelle nicht. Einfach mal ansehen. Ja, das ist eine gute Idee. Gerade hat das Schwarze einfach mal ansehen. Ja, das... Ich bin gerade kurz mal... Drehe mal ein, zwei Runden, um zu gucken, was für uns Sinn machen würde, weißt du? Also soll ich noch nicht ansehen? Doch, 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 doch. Achso, okay. Aber nur das E mit dem Q und dann mit ein bisschen L, ne? Und G nicht vergessen, das ist wichtig. G ist wichtig. Warum, wir werden gerade verarscht? Was? Was? Gelingt denen nicht. Was hast du darüber nachgedacht? Eine freche Sprache ist noch für freche Böse. Okay. Freche oder freche? Freche ist ja wieder was anderes. Aber wohl frech. Da habe ich vielleicht noch was, das war... Das war jetzt vielleicht, wo ich mal so denke, naja gut, das ist halt die Juren von heute. Wo ich noch auf meinen Trips war, im Sinne von hin und her pendeln zwischen den Wohnungen. Ach so. Ach so. Ach ja, ne, die Storys packe ich jetzt nicht aus. Geh in der Sorge. Warum nicht? Darum. Und, ne, wo ich dann in Werder auf dem Bahnhof war, da sind wir irgendwann also komplett leer. Und irgendwann sind da zwei solche Kinder gekommen. Ach, schätzungsweise. Also wirklich schätzungsweise. 11 bis maximal 13 ist schwer einzuschätzen, weil sie laufen ja schon mit 1000 Euro Technik rum. Aber, wenn ich mich noch so an, oder vielleicht ihr ja auch, wo ihr in den Alter wart, wart man... Also, wie drücke ich das am blödesten aus? Die Folge ist rum. Ähm... Egal. Ja. In der Tat. Komm, führ den Ding es noch aus. Nee, das wäre jetzt wieder zu weit reichend. Okay, das checkert jetzt die Zuschauer. Das wäre wieder viel zu weit reichend. Wir müssen jetzt ein ganzes Wochenende lang warten. Was ist das denn hier? Wir haben hier so einen kleinen Marmeladen. Alter. Was hat der... Der ist total... Das ist doch nicht mehr normal. Das Marmeladen... Ja, im Moment. Das Marmeladen-Ding gab's. Gibt's auch schon seit dem 15er. Oh, aber ich muss das angucken. Was hast du? Aber diese ganzen Kleinigkeiten und das dann auch da hinzubauen. Eben bin ich an so einem kleinen Wagen vorbeigelaufen. Da waren Ersatzbatterien drauf auf einem Hof. Dann war... Ey... Pfff... Was ist denn da los? Ja, genau. Ein Wahnsinn. Aber die Folge war ja rum. Sorry. Die Folge war ja rum, Freunde. Einen schönen Freitag wünscht man sich. In dem Sinne, wir sehen uns dann planmäßig am Montag wieder. Däumle da lassen und nicht vergessen. Weil der andere vorbeigöcke. Und in dem Sinne dann bis zum Montag. Macht den Blödsinn. Tschüdülü. Tschüdülü. wegestrofeiert. Vielen Dank.